Für mich ist das Unterbewusstsein, von dem wir heute reden wollen, wie so ein innerer Elefant. Es trägt dich entweder zu deinen Zielen hin und manchmal auch irgendwie in die völlig falsche Richtung. Welche Bilder denkst du? Nimmst du dir diese 5 Minuten morgens, die Augen zuzumachen und dir einfach das Leben, das du leben möchtest, das wirklich mal imaginierst, dir vorstellst, wie in einem Film, so intensiv wie möglich, jeden Tag, 365 Tage im Jahr und dann mal guckst, was ein Jahr später passiert. Weil der Elefant lernt durch Bilder, durch Wiederholungen, durch Emotionen.